Oh 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 Sie spielen werden Leute, ich spiele meine Mages Leute, soll ich euch sagen, warum ich gerne Malsa und Lysandra spiele? Weil diese ganzen TikTok-Autismus-Kinder von heutzutage, die eine Aufmerksamkeitsspanne von 2 Sekunden haben, nichts dagegen machen können Und auch weil ich keine Hände habe, ich drück auf einen Knopf drauf und die fühlen sich nutzlos, einfach gesamte Familie gefickt Wie er ulti auf einen selbst? Oh, das kommt mal ein bisschen drauf an Oh, er hat Cleanse mitgenommen Cleanse Am Ende ist nicht bad, ne? Oh fuck, ich hätte Electritude mit Oh nein, oh nein Oh mein Ulti-Coolan ist auch Guys, it is Jova Nice Ich will meinen ersten Stack-Up holen, die will ich eh nicht pushen Wir wollen erstmal nicht mehr machen, als unser Mana-Flow-Band zu stacken Weil, das Ding ist halt, er hat Dorens Schild mit dabei Ich kriege da nicht genug Damage rein, um gegen die Healer anzukommen Weil mein Mana-to-Damage-Ratio einfach nicht gut genug ist im Moment Und wenn meine Healer anzukommen ist, muss ich jetzt nicht gut in der Zeit Und wenn meine Healer anzukommen ist, muss ich gehen um die Healer anzukommen Ich kann die Healer anzukommen Aber bei der Seite Ich brauche nicht nur hier, das habe ich dann schon cheese Installation Und da sind die Healer anzukommen Ich bin sehr, was ich so schön Und zurück Und da sind die Die kann ich auch, das ist doch... Und da sind die Wow, der Gecancel. Scheiße. Okay, wir tief ihn zurück. Ich will das Tempo aufrecht halten. Ich habe gerade sehr viel verloren dafür. Ich habe gegen Ende reingechokt. Ich hätte nicht Q und 2 W machen sollen, sondern Q kurz warten und dann wehen. Aber der Chogard verliert oben heftig viel dafür. Ich kann da nicht runtergehen. Wenn er mich da abfängt, ist Jova für mich. Ich chill mal kurz hier. Vielleicht kann ich gleich hochgehen. Ja, ich komme mit hoch. Ja, das nutze ich nicht. Egal, wir halten hier die Map einfach nur stabil. Das macht schon sehr, sehr viel aus. Scheiße. Scheiße, ich bin dann wieder auf Tempo. Und das Gold ist mir nicht wichtig. Ich brauche hier kein Gold. Ich stelle einfach nur sicher, dass meine Map stabil bleibt. Das ist halt so eher mein Playstyle, you know? Gerade wenn Lanes bereits im Gewinn sind, ist mir da scheißegal, was ich bekomme. I couldn't care less. Oder wo ist Fiddly Diddly hin? Oh, shit. Ich kann froh sein, dass ich kein Ulti habe. Der wird wahrscheinlich ein Fight ausbrechen, oder? Ich muss aufpassen. Ich gehe hoch und cover nur den Play. Das ist okay. Das kostet mich nicht viel. Das kostet mich nicht viel. Äh, yo. Ah, yo. Oh, shit. Ich wollte mich auf das Minion tippen, damit die Agro nicht weggehen kann. Damit er, damit er den einfach diven kann. Oh, ich scheiße. Oh, halten wir nicht die Pressure aufrecht? Also, der Grund, warum ich tippe, ist es halt, ich möchte direkt die Pressure aufrecht halten, die wir gerade haben. Düplikil! Fight 2! Ich glaube, gespottet hat die mich noch nicht. Ne. Wollten sie sich bewegen, Sir? Kleiner Ohrensohn. Forster Nash. Ne, ich pushe das raus. Wait, what the fuck is he doing? Let's go! Nein! 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 Ah! No, wie viel Magiri, sie hatte, Bro! Hä? Wir sind full AD! Ey, 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 ey. Oh, ich hätte gar nicht TP brauchen, die Wafer zu klein. Upsi. Ey, ey. Ihr seid ja kein Clents. Oh, 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 oh. Upsi. Ey, actually, warte mal. Fiddle hat seine U-Type nicht rausgehauen, right? Can't you that be- Dad? Ähm, ja, ich hatte Legs. Wie ihr seht, ich habe den Greyscreen gerade hingelegt. Wait, motherfucker big. Hey, he angry? Hey, he angry? Mein Team hat mich, aber... Oh, 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 oh. GG. Ich finde das völlig vergessen. Upsi!